Pink ist zurück. Bereits vor einigen Tagen veröffentlicht sie ihre neue Single What About Us und meldet sich somit zurück im Musikbusiness. Am Mittwoch zeigt der Weltstar dann auch das dazugehörige Video auf YouTube. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Dabei gräuft Pink auch politische Themen auf, darunter auch Rassismus und Polizeigewalt. Untertitelung des ZDF, 2020 Den Song wird Pink bei den MTV Video Music Awards am 27. August performt. Dort gibt es für Pink noch einen weiteren Grund zu feiern. Wie bereits jetzt bekannt gegeben, erhält sie dort den Michael Jackson Video Vanguard Award. Diese Auszeichnung geht an erfolgreiche Musikvideos im Internet. Damit reiht sich das Popsternchen in die Liste von Künstlern wie den Rolling Stones, Britney Spears, Justin Timberlake und Beyoncé. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? Oh, what about us? What about all the plans that I did in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? We'll be right back. What about us? We'll be right back.